Das ist der Grund, dass ich keine Idee habe und das braucht lange als eine Überlegung. Man muss man auch überlegen, was man will in den ganzen Leben. Das ganze Leben muss man wissen, was man will, egal wie man hat, man wenig oder viel ist das Sinn des Lebens und man muss Respekt haben, egal ist man alt oder jünger, das ist das Gesellschaft. Und mich haben früher in der Schule mich viel, viel geärgert, Jungs oder Mädchen haben mich geärgert, gegen Brille, haben mich ausgelacht. Jetzt haben wir Angst gegen mich, was zu sagen. Und mein bester Freund Enver und ich bin immer noch mit ihm befreundet, mit meinem Freund Evgeny, ich bin immer noch befreundet mit ihm. Mit allem noch befreundet, nur wenig mit Enver, habe ich mehr Kontakt, mit Claudio ganz wenig, mit meinem Freund. Die Schule war sehr gut, nur erste bis dritte Klasse ging bei mir nicht, war nicht so ein guter Schüler. So vierte bis zehnte Klasse, alles besser. Die Lehrer lernen so viele Sachen, denn die Hälfte von Mathe braucht man gar nicht. So viel Mathe ist auch gut zu lernen, nur was braucht man von, wenn man Real- oder Hauptschule hat, braucht man nicht so viel Mathe nachher. Nach, wenn du den Abschluss fertig gehabt hast, oder Haupt- oder Real- oder Fachabitur, da fragt dich keiner mehr nach, welche Not hast du. Ich wollte nur, dass du da arbeitest und sonst nichts. schon mal, dass du da von ihnen bist, nach dem Regenbund und nach dem Regenbund und nach dem Regenbund backstam. Nur habe ich beide sagts, dass du da mit ihm bist. Ich kann jetzt auf dem Regenbundцよねg und nachdenken, ob du, und hier, oder? Wie gesagt, du bist schon dann, dass du das überhaupt nicht so viel. How many timesạn- oder? Ich will gleich diesen Regenbund so viel, um sich zu machen, du was mir kein Problem vater. Berger, Oprinovac, Wolveni und Hashtag Portgolica. Ansela Inazer kann man in Niemark oder in einem YouTube besitzen. Dann gibt es wieder neue Videos, wenn man da braucht. Dann gibt es noch neue Videos. Ansela Inazer. Ich bin kein Neibolister. Hashtag Teamazmir98 bitte, wenn euch einen Kommentar. Und erste Frage an meine Fans. Stella, warum hast du mich erst blockiert, wenn man den Charakter erst mal kennenlernen und nicht bei Instagram, egal wer ist, blockieren, weil man live geht, weil meine Cousine live gegangen ist? Medina, blockierst du mich und dann habe ich dich blockiert in Instagram. Das geht gar nicht. Hashtag Frankfurt und Offenbar und Wiesbaden und Mainz. Bald kommen neue Videos. Was ich... Ihr fragt euch was ich die ganze Zeit mache. Ich gehe zum Fitnessraum mit Fit. Gehe jeden Tag trainieren. Fast jeden Tag. Jede zweite. Ich mache so Fahrradübungen, Treppenübungen. Gibt es so drei, vier Minuten. Dann gibt es so Fahrrad, mache es so 50 Minuten. Dann machst du Krafttraining, Ausdauer, Beinpresseübungen und andere Sachen auch. Sport ist gesund für zwei Stunden oder eine Stunde Sport gesund. Mein Ziel ist bis 22 noch mehr durchtrainiert sein. Hashtag beste Fans der Welt. Und bitte beantworte Stella, warum wolltest du mich blockieren, wenn du mich nicht kennst. Und Medina und Stella sind beste Freunde. Stella wollte mich blockieren auf Instagram. Dann habe ich es blockiert. Leute sollen mich blockieren ohne Grund auf Instagram. Und Instagram gehört zu Facebook. Egal wer keine Letzte ist, wird es blockiert. Ich bin so 19 in die Frage. Ich bin... Ich bin so 14 auf meinem Kanal. Ich bin so ein bisschen übernommen und Musik, ein Sportvideo. Alle YouTuber aus Deutschland, bitte wenn ihr mich unterstützen wollt und mir helfen wollt. machen wir ein prank video oder irgendwas so interessantes was man machen kann auf der ganzen welt für die unterschied ja bald kommt neues video ich fragt euch aus wo ich komme dass es in serbien muslime bin ich habe als geburtstag in zehn tagen heute 2 august und wenn ihr wollt könnt ihr mich gratulieren ich werde dann so am 12 august um 11.30 online sein bei youtube oder um halb vier da könnt ihr uns da könnt ihr mich live sehen und ich komme noch zu 23 video was ich euch erzählt habe auf instagram oder whatsapp und die anderen wissen das und meine cousine und ich weiß immer noch nicht wann ich wann ich irgendwann monaten mit meiner cousine die gesagt hat macht irgendwann video keine ahnung muss sehen wenn ich zeit hat jetzt fangen die schulen hier schon an und wollen was neidwolligste und das war's wenn ihr noch fragen hat stellt die kommentare natürlich die feste und das war's danke für enver danke für medina danke für stelle danke an meine cousine in der schweiz an meine cousine in der schweiz von st gallen danke an meine cousine la französ adela falen analystu adela angst leiz von adela und hallo asta ist amus da ranzumido französche falen ze vassen u genf zinero zinero parlazo star zato stimmig obenier i fala zate s ist sanice novo bei der Läikkate, tährate Hashtag ... 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